Herzlich Willkommen beim virtuellen Spieltag. Wir wollten nicht so einfach eine Spendenaktion veranstalten und virtuelle Eintrittskarten verkaufen, sondern unserer OAC-Familie auch etwas zurückgeben und zeigen, was nicht in Vergessenheit geraten sollte, wohl doch der Sport derzeit berechtigterweise zur Nebensache wird. Wir hoffen auch durch unsere heutige Aktion, aber auch den Einsatz, den das Präsidium und andere Mitglieder und Freunde des Vereins derzeit zeigen, nach der überstandenen Krise die Corona-bedingten Einschnitte möglichst gering halten zu können. Neben dieser Tatsache, dass es heute um eine sehr ernste Angelegenheit geht, hoffen wir auch, sie trotzdem zu unterhalten und ein Stück weit die emotionalen Besonderheiten eines letzten Spieltages von dem Homeoffice oder beziehungsweise bei Facebook und Instagram transportieren zu können. In dem Sinne wünsche ich uns allen gute Unterhaltung, danke für Ihre Unterstützung, halten Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.